einmal und jetzt nicht mehr weg hier. Hau ab! So, stell dich wieder dahin. Haben wir sonst noch irgendwo Unterstützung? Und die sind völlig verwirrt. Verteidige dich! Kämpf doch lieber gegen den Bogen! Schützen. Du hast geil Talent! Die haben echt kein Talent. Jawoll! 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 Geiles Gekloppe. Sie haben es geschafft. Gut, was macht Will so? Er sitzt da drinnen in seinem Heuhaufen rum. So, Robin muss noch mehr Unterstützung rufen. Alles klar! Das macht er doch gerne. So, und jetzt nix wie weg. Wieder zurück. Vorwärts! Wie knapp einfach. So, hier kommen sie. Und da ist der Rote Ritter auf dem Ding. Hau den kaputt! Oh, er ist tot. So kaputt meinte ich jetzt gar nicht. Oh nein, 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 nein. Bleibst du wohl hier. Aber den da kannst du eigentlich platt locken. Auf dem Ding! Auf dem Weg! Ah, der Bogen-Schütze! Auf dem Weg! Auf dem Weg! Auf dem Weg! Schnell, schnell! Hau ihn kaputt! Jawoll! Alles klar! Und jetzt... Ep! So! Wird da eingefangen. Und jetzt kommen sie alle hergerannt. Kriegen auch noch eine drauf. Auf dem Weg! Soll es sich drehen? Oh, bist du blöd. Geht doch. Da ist mal kurz beiden schwindelig. So, erledigt. Ja, so erledigt, Mann. So, erledigt. Okay, da ist noch so ein dummer Ritter, gegen den will ich... Äh, Reiter, gegen den will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Aber da hinten hat es noch Bogenschütze, die will ich noch zu Hilfe rufen. Allerdings sollte das Will machen. Gegen den Reiter kämpfen, meine ich. Au! Und sowas ist ein Speerträger, der macht alles platt und so. Wer sagt das? Oh, ich sollte mich beeilen, die warten sonst alle wieder auf. Komm, Monteste, mein Morgenstern. Was macht denn der da? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was für ein Gekloppe. So. Oh! Der wird sich sobald nicht sehen. Diese Penner, die regen mich langsam echt auf. So, und jetzt auf den Reiter da hinten. Ja, ich weiß. Morgenstern gegen Morgenstern, hä? Komm, Monteste, mein Morgenstern. Ich spüre Garten. Gemeiner Fuß, ich spüre Garten. Tust du wohl. Jetzt zumindest. Ich spüre. Der wird sich sobald nicht sterben. Wer sucht mich? Leider keine Wahl. Du hast Aua. Wer sucht mich? Oh Mann. Da, Armbudsschütze. Schnell. Schieß. Feuer. Und hier hinten sind auch Bogen. Scheiße. Sackte er zu dem Ritter. So. Damit wär's das hier erstmal mit Bogen. Verbindeten, mein ich. Nicht auf den Ritter schießen, ihr Trottel. Und auch nicht auf den Schwertkämpfer. Wen? Toll. Komm, Monteste, mein Morgenstern. Sehr gut gemacht, Will. Nochmal. Komm, Monteste, mein Morgenstern. Ist da jemand? Hey, du, wer bist du? Schneegeld einsammeln. Beeil dich. Du wirst schon sehen. Was war das? Mir, du Hund. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Au. Die Augen schützen's mal hinten. Was macht er da? Komm, Monteste, mein Morgenstern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der wird sich sobald nicht wieder rühren. So. Schneegeld einsammeln. Was macht er? Das ist dein guten Zweck. Der werde ich's zeigen. Ah, verdammt. Geht's weiter. Was macht er da? Das ist dein guten Zweck. Der werde ich's zeigen. Der wird sich sobald nicht wieder rühren. Wer sucht mich? Hey, du, wie bist du? Dann rollst du. Will Scarlet. Hä? Da hat er kurz Schiss gekriegt. Und da vorne beim Ritter ist auch nochmal Geld. Das muss ich auch noch einsacken. Hey, du, wer bist du? Komm, Monteste, mein Morgenstern. Nicht schlecht. No. Ich hasse das. Okay, du schnappst dir den. Du schnappst dir den. Hey, du, wer bist du? Aber ich darf nicht. Komm, Monteste, mein Morgenstern. Autsch. Wer sucht mich? Nochmal. Ja, ich sehe dich. Komm, Monteste, mein Morgenstern. Ja, jetzt. Was? Ja, Will ist tot. Wir haben die Mission erfüllt. Juhu. Nein, es reicht eigentlich, wenn wir das bisschen Geld einnehmen. Aber da hinten hat's noch viel mehr. Oh, wir haben nicht umgebracht. Das sah aber gerade so aus. So. Gut, jetzt noch den Idioten hier und dann haben wir's. Na los, komm her. So. Robin, ich nehme sein Geld mit. Och du Scheiße. Robin weg. Toll. Jetzt haben wir Robin gekloppt. Scheiße, jetzt müssen wir das nochmal machen. Und teste meinen Morgenstern. Nun gut, ich höre auf. Besser so. Diese dämlichen Surgeons. Oh, fuck. Wer sucht mich? Jetzt aber schnell. Werden wir? Werden wir gebraucht? Alter. Kannst du bitte endlich hier... Danke. Da sitzt du einen guten Zweck. Werden wir gebraucht? Puh, wir haben's geschafft. Dieser Beitrag von Prinz... Prinz John höchstpersönlich ist sehr willkommen. Es sollten jedoch keine weiteren Risiken eingegangen werden. Zurück nach Sherwood. Guter Plan. Nichts mehr weg hier. Gott, was eine dämliche Aufgabe... Äh, Quest. Puh. Also schwer, nicht dämlich. Prinz John wollte seine Habe für Robin schützen, aber das ist ihm nicht geglückt. Wenn er wüsste, dass sie nun dafür verwendet wird, das Lösegeld seines Bruders zu bezahlen... Tja. Ein Freund von Scarlet kommt mit einer schrecklichen Neuigkeit nach Sherwood. Der Scherfer hat Robin in seine Gewalt gebracht, also versuchte Kontakt mit einem seiner Spione aufzunehmen. Es muss ein Trupp entzahnt werden, um ihn zu befreien. Was jetzt? Seid ihr bekloppt? Das geht jetzt gar nicht. Nur auf der 2 speichern. Verdammt, jetzt könnten wir Derby nicht retten... äh, angreifen. Okay, wir müssen leider doch nochmal... Diese Quest war völlig umsonst. Ich bin bereit. Wir müssen leider ändern. Ich hab das gerade völlig umsonst gemacht, aber es war trotzdem witzig. Gut, ran auf meine seiner Zeit anzugreifen und das machen wir jetzt auch. Robin muss mit, Marion muss mit. Der hier muss mit. Und... Nein, du musst mit, Mann. Du musst mit jetzt... Lauf jetzt da hin, du Pfeife! So, und der braucht hier nicht mehr üben. Der tauscht jetzt mit Bruder Tuck. Und Bruder Tuck sagt aber ja doch und rennt auch zu seiner Gruppe. Gut, damit sind wir komplett. Jetzt müssen wir hier erstmal Derby erobern. Das ist so ziemlich... ja, das ist so ziemlich der Grund, warum ich diese... Dieses Spiel so toll finde. Also das sind diese Quests, genau die, die... Der Grund sind, warum ich überhaupt das hier Let's playe. Das sind nämlich die genärgsten Missionen im Spiel. Ich zeig's dir euch. John's Truppen sind geschwächt, jedoch nicht so sehr, als dass Ranuf die Burg allein durch Waffengewalt einnehmen könnte. Er zählt darauf, dass sich Robin heimlich in die Festung einschleicht und die Verteidigung schwächt. Scaflog ist einer der besten Generäle des Prinzen. Er muss eliminiert werden, aber selbstverständlich standesgemäß. Robin muss ihn finden und ihn zum Duell herausfordern. So, und hier seht ihr das Schlachtfeld. Überall diese gelb-grünen, das sind unsere Verbündeten. Und die orangenen. Und wir rennen gleich dazu und helfen mit. Auch wenn man hier kaum ein Wort versteht. Schlag doch zu! So. Oh mein Gott, was für ein Chaos! Autsch! Au, 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 das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut, aua! Na toll. Will ist tot. Aber wir wollen doch hier unseren Freunden helfen, die hier gemetzelt werden. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht reden kann. Da sind überall Bogenschützen. Hö, ich balle auch runter. Ja, toll. Scheiße, ich hab meinen Freund umgebracht. Halb so wild, dafür hab ich die Ritter ausgenockt. Geht raus, wir bekämpfen uns nur gegenseitig. So, ich, äh, hab grad gar keine Zeit, euch das Spiel zu erklären. Oder das ist die Mission. Bunk, alle weg. Ich komm und teste meinen Morgenstern. Ich komm und teste meinen Morgenstern. Noch einer weniger. Da, da ist jemand. Aber gern auf der Stelle stehen, du Wunder. Ja, kommt doch alle her. Wir kloppen uns hier fröhlich. Komm und teste meinen Morgenstern. Was? Wir da. Na verdammt. Das war saubere Arbeit. Hey! Und da geht's schon wieder zur Sache. So. Gut. Oh man. Okay, jetzt erstmal alles erledigt. Gut. Ihr sammelt euch. Wir haben außer Seen einen freundlichen Sperrträger umgebracht, aber... Das ist halb so wild, denn dafür haben wir zwei Ritter erledigt, die jetzt umgebracht wurden von den anderen. Die bringen alle alles um, also da gibt's keinen Fesseln oder so. Okay. Ihr seht hier zum Beispiel diese Schilde, da ist eine 3 drauf. Das heißt, es gibt mir drei Schilde, hier ganz oben seht ihr, wie viele ich brauche. Ich brauche, glaube ich, insgesamt... Na, die 6 hier kann man da auch durch Kameraden und Gold erreichen und die nur durchs Level. Und die muss ich alle voll haben, damit das Level überhaupt geschafft ist. Und hier haben wir schon zwei eingesammelt, das war dieses Tor hier, wo hier gerade... Wo hier gerade gekämpft wird und das wurde schon freigemacht von uns und unseren Verbündeten. Denen wir ja zum Glück geholfen haben. Hier geht's ganz schön zur Sache und wir sollten hier mal mithelfen. Oh nein, nicht! Das war ja sinnlos. So, einfach alles ausgenockt. Autsch. Will! Na! Nein! Ich hab nichts mehr gesehen. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich bin. Ach, hier, okay. Die kommen hier überhaupt nicht zum Einsatz gerade, aber Will ist wie immer daueraktiv. Fessest du den jetzt, oder was? Und Will freest dauernd? Oh mein Gott, was für ein Chaos. Nichts geigen, gute Nacht. Nein, es ist Zeit, jemand zu fesseln. Oh man, da oben ist jemand. Den schnapp ich mir auch noch. Wer ist das? So, hätte ihn auch K.O. schlagen können, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit hier bei diesem ganzen Chaos. Das ist nämlich verdammt schnell hier. Oh oh. Na toll. Jetzt kommt... Jetzt kommt Bruder Tag und haut drauf. Apfelmus. Oh Gott. Was ist denn hier los? Bruder Tag wird gemolchelt. Wisst ihr was? Das ist eigentlich verdammt sinnlos. Dass ich überhaupt versuche, hier zu fesseln. Ich lasse das jetzt erstmal mit dem fesseln weg. Erstens werden die eh alle umgedracht. Ich brauch nur Will, der reicht mir. So, einer weniger. Bam, 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 gute Nacht. Bist du dran? Ah, du blöder kleiner Penner. So. Nix halt. Oh shit. Wir kriegen übrigens schon ein Schild, nur wenn wir diese Zugbrücke runterlassen. Komm und teste meinen Morgenstern. Ah, fuck. Da hat es irgendeinen Armbrustschützen, der uns nicht mag. Oh, hier wird alles gemolchelt. Wir haben fast keine Verbündeten mehr. Wir sind fast alle tot. Ja, ich bin da. So, erledigt. Und wieder runter. So, wie ihr seht.